Die Heilige Schrift in der Konkordantenwiedergabe von 1939 Zutritt zu Gottes ursprünglichem Wort, zu dem von ihm selber inspirierten Urtext, dem deutschen Leser leichter zu machen, ist der Zweck der Konkordantenwiedergabe. Sie soll ihn direkter heranführen an den Wortschatz, den Gott selber zu seiner Offenbarung erwählte, und ihm die Mittel in die Hände geben, die menschliche Übertragung desselben in heutige Sprachen zur eigenen Befriedigung nachzuprüfen. Das Evangelium nach Matthäus Rolle des Stammbaums Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams Abraham zeugt den Isaak, Isaak aber zeugt den Jakob, Jakob aber zeugt den Judah und seine Brüder Judah aber zeugt den Pharis und den Zara von der Tamar Pharis aber zeugt den Esrom Esrom aber zeugt den Aram Aram aber zeugt den Aminadab Aminadab aber zeugt den Nahasson Nahasson aber zeugt den Salmon Salmon aber zeugt den Boas von der Rahab Boas aber zeugt den Obed von der Ruth Obed aber zeugt den Isai Isai aber zeugt den David, den König David aber zeugt den Salomo von der Frau des Uriah Salomo aber zeugt den Rehabeam Rehabeam aber zeugt den Abia Abia aber zeugt den Asaf Asaf aber zeugt den Josaphat Josaphat aber zeugt den Joram Joram aber zeugt den Usia Usia aber zeugt den Jotham Jotham aber zeugt den Achas Achas aber zeugt den Hiskia Hiskia aber zeugt den Manasse Manasse aber zeugt den Amos Amos aber zeugt den Josia Josia aber zeugt den Jechonia und seine Brüder bei der Entheimatung nach Babylon Nach der Entheimatung nach Babylon aber zeugt Jechonia den Salatiel Salatiel aber zeugt den Zerubabel Zerubabel aber zeugt den Abiud Abiud aber zeugt den Iliakim Iliakim aber zeugt den Asor Asor aber zeugt den Zadok Zadok aber zeugt den Achim Achin aber zeugt den Eliud Eliud aber zeugt den Eleazar Eleazar aber zeugt den Matan Matan aber zeugt den Jakob Jakob aber zeugt den Josef den Mann der Maria, von welcher geboren ward Jesus, der benannt wird Christus. Alle die Generationen nun von Abraham bis David sind 14 Generationen und von David bis zur Entheimatung nach Babylon sind 14 Generationen und von der Entheimatung nach Babylon bis auf den Christus sind 14 Generationen. Jesu Christi Zeugung aber war also, als seine Mutter Maria dem Josef verlobt war, ehe denn sie zusammenkamen, ward sie schwanger erfunden von Heiligem Geist. Josef aber ihr Mann, der gerecht war und sie nicht wollte an den Pranger stellen, beschloss, sie heimlich zu entlassen. Da er aber sich dies überlegte, siehe, da erschien ihm ein Bote des Herrn im Traumgesicht und sagte, Josef, Sohn Davids, nicht fürchten sollst du dich, zu dir zu nehmen, Myriam, dein Weib, denn das in ihr Gezeugte ist aus dem Heiligen Geist. Sie aber wird einen Sohn gebären, und du wirst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Dieses Ganze ist aber geschehen, auf das erfüllt werde, was geredet ist von dem Herrn durch den Propheten, der da sagt, Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein, und gebären wird sie einen Sohn, und heißen wird man seinen Namen Immanuel. Das ist verdolmetscht, mit uns ist Gott. Josef aber, vom Schlafe erwachend, tat, wie der Bote des Herrn ihm anordnet, und nahm sein Weib zu sich, und erkannte sie nicht, bis sie den Sohn gebar, und hieß seinen Namen Jesus. Da aber Jesus geboren war in Bethlehem, von Judäa in den Tagen Herodes des Königs, siehe, da kamen Magier daher von den Morgenlanden nach Jerusalem und sagten, Wo ist der geboren wird als König der Juden? Denn wir gewahrten seinen Stern im Morgenlande und kamen, um anzubeten vor ihm. Da aber der König Herodes dies hörte, ward er erregt und das gesamte Jerusalem mit ihm, und er versammelte alle Priesterfürsten und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren wird. Sie aber sagten zu ihm, In Bethlehem von Judäa, denn also ist geschrieben durch den Propheten, Und du, Bethlehem, Land Judas, bist mitnichten die geringste unter Judas Regenten, denn aus dir wird hervorgehen der Regent, der da hörten wird, mein Volk, den Israel. Dann berief Herodes heimlich die Magier und erforschte genau von ihnen die Zeit des erscheinenden Sterns, und sie nach Bethlehem sehend, sagte er, Hingehend ergründet genau in Betreff des Knebleins. Falls ihr aber es findet, so berichtet es mir, damit auch ich komme und anbete vor ihm. Sie aber, da sie den König gehört, gingen hin, und siehe, der Stern, den sie im Morgenlande gewahrten, ging ihnen voran, bis er kam und oben über die Städte gestellt ward, wo das Kneblein war. Da sie aber den Stern gewahrten, freuten sie sich mit überaus großer Freude. Und da sie kamen in das Haus, gewahrten sie das Kneblein mit Maria, seiner Mutter, und niederfallend beteten sie an vor ihm und ihre Schätze auftuend, bringen sie ihm Nahgaben da, Gold und Weihrauch und Mürre. Und da sie im Traumgesicht Weisungen erhielten, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf anderem Wege in ihre Heimat zurück. Als sie aber zurück sind gezogen in ihre Heimat, siehe, da erscheint ein Bode des Herrn dem Josef im Traumgesicht und sagt, Erwachend, nimm mit das Kneblein und seine Mutter und fliehe nach Ägypten und sei dort, bis ich es dir sollte sagen. Denn Herodes schickt sich an, das Kneblein zu suchen, um es umzubringen. Als er aber erwacht war, nahm er das Kneblein und seine Mutter mit bei Nacht und machte sich davon nach Ägypten und war dort bis zum Verscheiden des Herodes, auf das erfüllt werde, was geredet ist von dem Herrn durch den Propheten, der da sagt, Aus Ägypten rufe ich meinen Sohn. Als dann, da Herodes gewahrte, dass er von den Magiern verhöhnt war, ergrimmte er sehr und hinschickend metzelte er nieder alle Knaben in Bethlehem und in all ihren Grenzen von den Zweijährigen an und darunter nach der Zeit, die er von den Magiern genau erforschte. Dann ward erfüllt, was geredet ist durch Jeremia, den Propheten, der da sagt, Eine Stimme in Rama wird gehört, Jammerns und Schmerzensausbruchs viel. Rahel bejammert ihre Kinder, und wollte keinen Zuspruch, denn sie sind nicht mehr. Als aber Herodes verschieden war, siehe, da erscheint ein Bote des Herrn, dem Josef im Traumgesicht in Ägypten, und sagt, Erwachend, nimm mit das Kneblein und seine Mutter und gehe in das Land Israels, denn gestorben sind, die da suchen die Seele des Knebleins. Als er aber erwacht war, nahm er mit das Kneblein und seine Mutter und kam hinein in das Land Israels. Als er aber hörte, dass Archelaus der König Judäas ist, anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Da er aber im Traumgesicht Weisung erhielt, zog er sich zurück in die Gebiete Galiläas. Und als er kam, wohnte er in der Stadt, benannt Nazareth, damit erfüllt werde, was durch die Propheten geredet ist. Eine Nazarener wird man ihn heißen. In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer daher, heroldend in der Wildnis Judäas, und sagt, Sinnet um, denn genaht hat sich das Königreich der Himmel. Denn dieser ist es, von dem geredet es durch Jesaja, den Propheten, der da sagt, die Stimme eines Rufers in der Wildnis bereitet den Weg des Herrn, gerade macht die Straßen sein. Er aber, Johannes, hatte seinen Rock aus Kamelhaar und einen ledernen Gürtel um seine Lände. Seine Nahrung aber war Heuschrecken und wilder Honig. Dann ging zu ihm hinaus Jerusalem und das gesamte Judäa und die gesamte Umgegend des Jordan und taufte sich unter ihm in den Jordanfluss, ihre Sünden offen bekennend. Da er aber viele der Pharisäer und Sadduzeer gewahrte, die zu seiner Taufe kamen, sagte er zu ihnen, Otternbrut, wer zeigt euch an, zu fliehen vor dem zukünftigen Zorn? Traget nun Frucht der Umsinnung würdig. Auch sollte euch nicht dünken, ihr möget bei euch selber sagen, zum Vater haben wir den Abraham. Denn ich sage euch, Gott kann aus diesen Steinen Kinder erwecken dem Abraham. Schon aber liegt die Art an der Wurzel der Bäume. Jeder Baum nun, der nicht edle Frucht trägt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Denn ich zwar taufe euch in Wasser zur Umsinnung, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Nicht gut genug bin ich, dessen Sandalen zu tragen. Derselbe wird euch taufen in heiligem Geiste und Feuer. Er, dessen Wurfschaufel in seiner Hand ist. Und er wird durchreinigen seine Tenne und sammeln sein Getreide in seine Scheune. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Dann kommt Jesus daher, aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um getauft zu werden von ihm. Johannes aber untersagte es ihm und sagte, Ich bedarf wohl, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir? Als Antwort aber sagte Jesus zu ihm, Lass es jetzt zu, denn also geziemt es uns, jede Gerechtigkeit zu erfüllen. Dann lässt er ihn zu. Getauft aber stieg Jesus sogleich aus dem Wasser und siehe, ihm wurden die Himmel geöffnet und er gewahrte den Geist Gottes herabsteigen als wie eine Taube und kommen auf ihn. Und siehe, eine Stimme aus den Himmeln, die da sagt, Dies ist mein Sohn, der Geliebte, an dem habe ich meine Lust. Dann ward Jesus vom Geiste heraufgeführt in die Wildnis, um versucht zu werden von dem Wiederverwirker. Und da er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet, hungerte ihn zuletzt. Und herzukommend sagte zu ihm der Versucher, Wenn du Gottes Sohn bist, so sage, dass diese Steine zu Broten werden. Als Antwort aber sagte er, Es ist geschrieben, Nicht von Brot allein wird der Mensch leben, sondern von jedem Spruch, der da ausgeht, durch Gottes Mund. Dann nimmt der Wiederwirker ihn mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf den Flügel der Weihestätte. Und er sagt zu ihm, Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich selbst herab, denn es ist geschrieben, seinen Boten wird er deinetalben gebieten und auf den Händen werden sie dich aufheben, damit du nicht an einen Stein stoßest deinen Fuß. Da entgegnete ihm Jesus, Wiederum ist geschrieben, Nicht auf die Probe stellen sollst du den Herrn, deinen Gott. Wieder nimmt der Widersacher ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Königreiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und er sagt zu ihm, Diese alle werde ich dir geben, so du niederfallend anbetest vor mir. Dann sagt Jesus zu ihm, Gehe weg, Satan, denn es ist geschrieben, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und Gottesdienst darbringen, ihm allein. Dann verlässt ihn der Wiederwirker und siehe, Boten kamen herzu und dienten ihm. Da er aber hörte, dass Johannes überliefert ward, zog er sich zurück nach Galiläa und Nazareth verlassend, kam er und wohnte in Kapernaum am Meer, in den Grenzen Sebulons und Naphtalis, auf das erfüllt werde, was geredet ist durch Jesaja, den Propheten, der da sagt, Das Land Sebulon und das Land Naphtali, der Weg am Meere jenseits des Jordan, das Galiläa der Nationen, das Volk, das da sitzend im Finsternis, ein großes Licht gewahre es, und die da sitzen im Raume und Schatten des Todes, Licht geht ihnen auf. Von dann an beginnt Jesus zu herolden und zu sagen, Sinnet um, denn genaht hat sich das Königreich der Himmel. Da er aber wandelte am Meere Galiläas, gewahrte er zwei Brüder, Simon, benannt Petrus, und Andreas, seinen Bruder, ein Beutelnetz ins Meer werfend, denn sie waren Fischer. Und er sagte zu ihnen, Herzu, hinter mich, und ich werde euch machen zu Menschenfischern. Sie aber, sofort die Netze verlassend, folgen ihm. Und von dort weiterschreitend, gewahrte er andere zwei Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedois, und Johannes, seinen Bruder, in dem Schiff mit Zebedois, ihrem Vater, ihre Netze zurechtlegend, und er berief sie. Sie aber, sofort das Schiff und ihren Vater verlassend, folgten ihm. Und Jesus führte sie umher in ganz Galiläa, lehrend in ihren Synagogen, und heroldend das Evangelium des Königreichs, und ließ von jeder Krankheit und jeder Gebrechlichkeit unter dem Folge genesen. Und die Kunde von ihm ging aus in ganz Syrien, und sie bringen zu ihm alle, die übel dran sind, mit mancherlei Krankheiten und bedrückenden Qualen, und dämonisch Besessene und Feilsüchtige und Gelähmte, und er lässt sie genesen. Und es folgen ihm viele Scharen von Galiläa und Dekapolis und Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan. Da er aber die Scharen gewahrte, stieg er hinauf auf den Berg, und da er sich setzte, kamen seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sagte, Glückselig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Königreich der Himmel. Glückselig die, die nun trauern, denn ihnen soll zugesprochen werden. Glückselig die Sanftmütigen, da ihnen das Land soll zugelost werden. Glückselig die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen gesättigt werden. Glückselig die sich Erbarmenden, denn sie werden Erbarmen erlangen. Glückselig die Reinen von Herzen, denn sie werden Gott sehen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie sollen Söhne Gottes geheißen werden. Glückselig die verfolgt werden der Gerechtigkeit wegen, denn ihrer ist das Königreich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und sagen jedes Böse gegen euch, indem sie lügen meinetwegen. Freut euch und frohlocket, denn eures Lohnes ist viel in den Himmeln, denn also verfolgten sie die Propheten, die vor euch waren. Ihr seid das Salz der Erde, so aber das Salz fade wird, mit was soll man es salzen? Nichts vermag es mehr, als nur, dass man es hinauswerfe, um niedergetreten zu werden von den Menschen. Ihr seid das Licht der Welt, die Stadt kann nicht verborgen sein, die oben auf dem Berge liegt. Man brennt doch nicht eine Leuchte und setzt sie unter den Schäfel, sondern auf den Leuchter, und sie erglänzet allen in dem Hause. Also lasset euer Licht erglänzen, vorn, vor den Menschen, damit sie eure edlen Werke gewahren und euren Vater in den Himmeln verherrlichen. Nicht solltet ihr meinen, dass ich kam, aufzulösen das Gesetz oder die Propheten. Nicht kam ich aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis das Himmel und Erde sollten vergehen, wird keinesfalls ein Jota oder ein Hörnlein vom Gesetz vergehen, bis dass es alles sollte geschehen. Wer nun auch eines dieser geringsten Gebote auflöst und lehret also die Menschen, den wird man den Geringsten heißen im Königreiche der Himmel. Wer aber sie tut und lehrt, diesen wird man groß heißen im Königreiche der Himmel. Denn ich sage euch, so eure Gerechtigkeit nicht überfließend mehr ist, als die der Schriftgelehrten und Pharisäer werdet ihr keinesfalls eingehen in das Königreich der Himmel. Ihr hört, dass zu den Altvorderen geredet ward, nicht morden sollst du. Wer aber sollte morden, wird verfallen sein dem Gericht. Ich aber sage euch, dass jeder, der da zürnt seinem Bruder, verfallen sein wird dem Gericht. Wer aber zu seinem Bruder sollte sagen, Racka, wird verfallen sein dem Synidrium. Wer aber sollte sagen, du Thor, wird verfallen sein der Gehenner des Feuers. So du nun deine Nahegabe darbringst auf dem Altar und dort dich erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich habe, so lasse deine Nahegabe dort, vorne vor dem Altar, und gehe zuerst hin, besänftige deinen Bruder und dann komm und bringe deine Nahegabe da. Sei gutwillig gegen deinen Gerichtsgegner, schnell, während du noch mit ihm bist auf dem Wege, damit nicht der Gerichtsgegner dich überliefere dem Richter und der Richter dem Schergen und werdest in den Kerker geworfen. Wahrlich, ich sage dir, dass du nimmer von dort herauskommen mögest, bis du auch den letzten Heller bezahlest. Ihr hört, dass geredet ward, nicht Ehe brechen sollst du. Ich aber sage euch, jeder, der ein Weib anblickt, um sie zu begehren, treibt schon Ehebruch mit ihr in seinem Herzen. Wenn aber dein Auge, das Rechte, dir zum Fallstrick wird, reiß es heraus und wirf es von dir, denn es frommt dir mehr, dass eins deiner Glieder umkomme und man nicht deinen ganzen Körper werfe in die Gehenna. Und wenn deine rechte Hand dir zum Fallstrick wird, haue sie ab und wirf sie von dir, denn es frommt dir mehr, dass eins deiner Glieder umkomme und nicht dein ganzer Körper hingehe in die Gehenna. Es ward aber geredet, wer da sollte entlassen sein Weib, der gebe ihr eine Scheidungsurkunde. Ich aber sage euch, jeder, der da entlässt sein Weib, mit Ausnahme eines Falles der Hurerei, macht sie zu einer, mit der die Ehe gebrochen wird. Und so jemand eine Entlassene heiratet, bricht er die Ehe. Wiederum hört ihr, dass zu den Eidvorderen geredet ward. Keinen meinen Eid sollst du schwören, aber erstatten sollst du dem Herrn deine Eide. Ich aber sage euch, allgemein nicht zu schwören, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt. Noch solltest du schwören bei deinem Haupte, da du nicht ein Haar weiß machen kannst oder schwarz. Es sei aber euer Wort, ja, ja, nein, nein. Was aber über dieses hinausgeht, ist von dem Bösen. Ihr hört, dass geredet ward, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, nicht zu widerstehen dem Bösen, sondern wer dir Backenstreiche gibt, auf deine rechte Wange, dem wende auch die andere zu. Und dem, der da will mit dir rechten und dein Unterkleid nehmen, lass ihm auch dein Überkleid. Und wer dich zwingen wird zu einer Meile, mit dem geh zwei. Dem, der dich bittet, gib, und von dem, der da will von dir leihen, sollst du nicht dich abwenden. Ihr hört, dass geredet ward, lieben sollst du deinen Nächsten und hassen deinen Feind. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne werdet eures Vaters in den Himmeln, da er seine Sonne lässt aufgehen über Böse und Gute, und es regnet auf Gerechte und Ungerechte. Denn so ihr liebt, die euch lieben, was habt ihr für Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und so ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Außergewöhnliches? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? So sollt ihr nun vollkommen sein, wie euer Vater, der himmlische Vollkommen ist. Die Wahrheit macht frei. Wenn es nicht frei macht, dann ist es der falsche Weg. Wer der Lüge Glauben schenkt, der verliert die Wahrheit und sein Leben. Sei wachsam und lass dich nicht verführen. Gehe den geraden Weg nicht zurück, wenn du zweifelst. Dein Rat ist wertvoller als Gold. Vielen Dank. Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de